Ein sehr modernes Studiercenter. Direkt gegenüber. Hier ist auch noch ein Metall und Wendelaufzug, der zwischen dem Erdgeschoss und dem Etage minus 1 wird. Bau ist aber so 14. Wir haben Gebäude 21. Die ersten Transporte sind hier verboten mit dem Aufzug. Wie ist die Geschoss? Wir legen jetzt hier mal rein. Wir können auch mal schauen, ob ich da aufstehe. Ich denke, ich will. Jetzt hat die gehörende Feuer und Klamotten gefeiert. Wir können auch in Sicherheit das Wasser aufstehen. Hier hat die Hände geschehen. Und das ist auch nicht so. Das ist eine Ausführung, die wir aufstehen. Das ist ein Ausführungszeug. Die Hande hat sich die Bände zu spielen. Hier haben wir jetzt eine Ausführung. Das Bände hat sich in der Stadt gehalten. Wir wollen einen Samstag beenden. Hier im Studentenzentrum. Erste Etage. Erste Etage, okay. Ungefähr muss ich auch hier ausgehen. Ungefähr. Und ich bin in dem letzten Video Eelthisches